Europawahl 2019, am 26. Mai, über 500 Millionen Menschen in Europa sind aufgefordert, ein neues europäisches Parlament zu wählen. In Deutschland stellen sich 41 Parteien, Organisationen und Vereinigungen zur Wahl. Bei mir ist heute Michael Schulz, das Spitzenkandidat und gleichzeitig der Bundesvorsitzende der Grauen für alle Generationen. Jetzt müssen wir erstmal die Grauen für alle Generationen, das gibt, glaube ich, auf dem Wahlzettel auch zwei graue Parteien, glaube ich, mal einordnen, was sind die Grauen für alle Generationen. Ich verbinde mit den Grauen immer noch die Seniorenpartei, die Grauen Panther, das sind sie, glaube ich, nicht, aber trotzdem, also die Bundeszentrale für politische Bildung ordnet sie trotzdem ein bisschen in deren Umfeld ein. Also unsere Partei ist 2017 gegründet worden, wir sind natürlich viele Aktive aus der Grauen Bewegung, auch damals aus den 90er Jahren von Trude Unruh, denen ja vielen noch ein Begriff ist. Wir setzen uns auch für die Rente ein, aber genauso gibt es viele, viele Themen, die uns in der Gesellschaft auch interessieren, wie Bildung oder Gesundheitspolitik oder die Ausländerpolitik, Sicherheitspolitik. Es gibt viele Facetten sozusagen und deshalb hat die Partei klar gesagt, wir nennen uns die Grauen für alle Generationen und die Gründung hat deshalb stattgefunden, weil 2017 die andere graue Partei, die auch sozusagen bei der Europawahl jetzt teilnimmt, nicht an der Bundestagswahl teilnehmen wollte. Wir haben es geschafft, nach der Gründung gleich an der Bundestagswahl teilzunehmen, an der Landtagswahl in Niedersachsen, jetzt sind wir dabei, an der Europawahl teilzunehmen und auch an der Landtagswahl in Brandenburg. Also das heißt, die Partei ist nicht mal zwei, doch, die ist jetzt zwei Jahre alt, am 13. Mai ist zwei Jahre alt und wir wollen wirklich politische Arbeit leisten und wollen nicht nur als kleine Partei da irgendwie die Parteienfinanzierung abgreifen. Das ist leider so, da mussten wir uns leider trennen und hoffe, dass der Wähler das auch richtig erkennt. Wie viele Mitglieder haben Sie? Wir sind an die 200 Mitglieder. Sie stehen bei der Europawahl auf Listenplatz 27, das sage ich jetzt deswegen, damit man sie auch auseinanderhalten kann. Und die sind in 16 Bundesländern wählbar. Also man kann sie, egal wo man in der Republik ist, also ob man in München sitzt oder in Hamburg oder wie Sie schon sagten, in der Markt Brandenburg, wo die Wölfe heulen, sozusagen, das war jetzt ein Scherz am Rande, wählen. Ja, man kann uns in allen 16 Bundesländern auch in dem kleinsten Dorf von Deutschland wählen, sozusagen. Wir haben es geschafft, die Unterschriften zusammenzubekommen. Das ist ja eine Hürde, die die kleinen Parteien erstmal bringen müssen und das haben wir auch in kurzer Zeit geschafft. Also von daher, ja, die Menschen in Deutschland sind jetzt gefragt, dass sie sozusagen das Kreuz auf dem Listenplatz 27 machen, ja. Gut. Sie verstehen sich nicht als reine Interessensvertretung mehr für Senioren, das sagt auch Ihr Name schon aus, aber als Mitmachpartei. Und Sie fordern ein Wahlrecht ab 14, auch für die Europawahl oder ist das eingegrenzt? Das hat mich jetzt so ein bisschen bei, also ich war so ein bisschen auf Ihrer Homepage, war ein bisschen so, oder es war eine Frage, die sich mir einfach gestellt hat. Ja, die Partei hat in ihrer Gründungsphase darüber diskutiert, das Wahlalter herabzusetzen, weil wir gesagt haben, okay, 14-Jährige sind auch strafmündig, dann sollen sie auch wenigstens in der Kommunalebene mitentscheiden, wie die politische Gestaltung des Kommunalparlaments dann ist. Und deshalb haben wir auch einen Wahlalter ab 14. Allerdings fordern wir nicht, dass 14-Jährige den Landtag, Bundestag oder das Europaparlament wählen. Was reizt Sie persönlich, Sie sind letzten Platz 1 bei Europa, was reizt Sie persönlich daran, im Europäischen Parlament mitmischen zu wollen? Also zum einen bin ich ja schon 15 Jahre politisch engagiert, saß auch 10 Jahre im Bezirksparlament in Berlin-Reineckendorf und bringe sozusagen politische Erfahrungen mit, wie sozusagen die Parlamentsarbeit abläuft. Und allein aus der Erfahrung heraus würde ich das gerne auch weiter fortsetzen. Die Partei setzt immer auf Fachkompetenz und demzufolge haben die Mitglieder dann mich auch dazu gewählt zum Spitzenkandidaten. Und ja, also die Herausforderung würde ich mir schon gerne irgendwie machen. Verstehen Sie sich als Reinickendorfer oder als Europäer? Ich verstehe mich als Europäer, aber bin natürlich mit festen Wurzeln in Reinickendorf. Das ist ja klar, ich lebe dort, ich weiß, was in dem Kiez dort los ist, aber Europa fängt auch schon im Kiez an. Also es gibt ja Fördermittel aus der EU, die sozusagen in den Kommunen auch dann sozusagen investiert werden. Also von daher bin ich auch Europäer natürlich. Jetzt schreiben Sie in Ihrem Grußwort zur Europawahl auf Ihrer Website, lassen wir uns nicht weiter belügen und manipulieren. Wen meinen Sie konkret, wer belügt uns, wer manipuliert uns? Es ist eben so, bei jeder Wahl haben wir immer irgendwelche Wahlversprechen. Wir haben, dass hochkarätige Politiker der Bevölkerung etwas verspricht, mehr Netto vom Brutto oder wir machen jetzt keine Maut und dann machen wir doch eine Maut. Also es werden immer irgendwelche Floskeln, nenne ich das mal genannt und die Wähler werden dort getäuscht. Und das ist der Punkt, dass endlich Schluss sein muss, wir brauchen eine klare Linie, die Politiker, die kandidieren, sollen klar sagen, was sie umsetzen wollen, weil die Politikverdrossenheit damit ja auch immer größer wird, weil die Leute sagen, ich gehe da nicht mehr zur Wahl, weil egal, was ich wähle, egal welcher Farbe, welcher Kalkül, der Politiker redet immer vor der Wahl und wenn er dann gewählt ist und die Verantwortung übernimmt, dann setzt er das nicht um, was er vor der Wahl gesagt hat. Das ist damit gemeint, dass wir uns nicht weiter belügen lassen sollen, sondern die Wähler sollen eben jetzt klar Kante zeigen. Auf Ihren Wahlparkarten stehen, finde ich auch häufiger den Appell schnauzevoll, Ausrufezeichen. Würden Sie sich als Protestpartei da an der Stelle dann sehen? Natürlich ist es erstmal so, als kleine Partei, dass man immer Protest erstmal als Protestpartei gesehen wird, aber in der Zukunft sehe ich uns schon so, dass wir eine ernsthafte Partei sind, die auch wirklich ordentlich Politik machen wollen. Diesen Slogan Schnauzevoll, das ist eben so in der Werbestrategie innerhalb der Partei diskutiert worden. Natürlich ist es ein Berliner Wortlaut schnauzevoll, das sagt man glaube ich hier so in Köln nicht. In der Berliner Schnauze sprechen wir hier nicht. Genau, also das hat einfach einen werbestrategischen Hintergrund. Okay. Gehen wir mal zu den Europathemen. Ausländerpolitik, Sie haben so bestimmte Dinge, die Sie da aufschreiben. Ausländerpolitik, beschreiben Sie uns mal, was Sie, wenn Sie die Möglichkeit hätten im Europäischen Parlament, machen würden an Ausländerpolitik für Europa. Also erstmal ist es so, dass in Europa man ja ein Abkommen hat, dass wenn Einwanderer sozusagen ins EU-Gebiet kommen, dass sie auch gleichmäßig verteilt werden, dort wo sie als erstes ins europäische Gebiet kommen, dass dort die Aufnahme an Asylanträgen dann stattfindet und dass man dann auch in dem gesamten europäischen Land die ordentlich verteilt, weil es ist eben auch so, das muss man auch deutlich sagen, ja Deutschland ist lukrativ, auch im Sozialsystem, aber man kann auch nicht alle hier halten. Das heißt, es muss auch Ungarn, Polen, wie sie alle heißen, auch klar mit aufnehmen. Und wer eben nicht aufnimmt, der muss eben auch sanktioniert werden in der EU, da man muss da auch ein klares, deutliches Zeichen setzen. Jetzt fordern Sie unter anderem, Flüchtlinge sollen konsequent in ihre Heimat zurückkehren, so eine Art Freiwilligkeitsprinzip. Also wenn die Heimat wieder sicher ist, so habe ich das zumindest verstanden, korrigieren Sie mich, wenn das nicht so ist, Ihre Forderung, dann sollen sie zurückkehren. Also es ist so, dass wir natürlich immer dafür sind, dass humanitäre Hilfe stattfinden soll, definitiv auch für Flüchtlinge aus den Kriegsgebieten. Für uns ist es selbstverständlich, denen zu helfen, dann ist es natürlich für jeden Einzelnen auch selbstverständlich, dass er auch wieder zurückkehrt in seine Heimat. Man soll ihn auch trotzdem weiterhin an die Hand nehmen und auch dort in dem Land mithelfen aufzubauen, das ist keine Frage. Aber wir brauchen auch Platz für neue Flüchtlinge, die aus anderen Kriegsgebieten hierher kommen. Wir haben eben ein Problem des Wohnungsmangels, wir haben Platzmangel und dem entgegenzuwirken, muss man eben solche Linien eben fahren. Wir sagen nicht knallhart, alle sollen abgeschoben werden. Ja, das ist auch das falsche Signal, weil es gibt viele, die auch sich gerne hier integrieren wollen, die auch hier gerne was lassen, auch machen, ob es ein Bildungsweg oder auf dem Arbeitsweg ist. Die haben ihre Heimat dort verlassen, also solche Flüchtlinge gibt es auch, die sozusagen wirklich wollen. Wir sind für diejenigen, also gegen diejenigen, die Straftäter sind, die Integrationsverweigerer sind, die falsche Identitäten den Behörden gegenüber machen, die sozusagen nicht die freie demokratische Grundordnung in Europa akzeptieren. Diese Menschen haben in Europa definitiv nichts zu suchen. Da muss man klar Kante zeigen und die müssen dann auch gehen. Aber diejenigen, die wirklich hier was aufbauen wollen, gerne. Umweltpolitik, Klimawandel ist ein Thema, Greta Thunberg, Schweden, sind wir schon in Europa über die Grenzen hinweg, Fridays for Future, finden Sie das gut als die Grauen, als Partei für alle Generationen? Also ich finde es gut, dass Menschen jetzt auch auf die Straße gehen für den Klimawandel und so weiter und auch ein bisschen aktiv sind, das definitiv. Es geht auch darum, dass Dieselfahrverbote natürlich das erste Mittel vielleicht ist, aber manche Fahrverbote, die errichtet worden sind, sind ein falsches Signal, wenn da der große Kerosinbomber über diese Straße fliegt, dann wird dort die Umwelt auch ebenfalls belastet. Die Dieselfahrverbote sind aus meiner Sicht das falsche Signal. Man muss mehr an die Autoindustrie, diejenigen, die sozusagen hier Fehler gemacht haben, die manipuliert haben, da sind wir bei dem Wort wieder manipulieren, die müssen härter sanktioniert werden und die müssen auch die Fahrzeuge zurücknehmen, weil am Ende immer der Verbraucher derjenige ist, der hier die Zeche zahlen muss. Wie sieht die Klimapolitik von Ihnen für Europa aus? Alle fahren elektrisch? Das wäre schön. Also ich selber fahre ein Erdgasfahrzeug, also bin umweltfreundlich und muss sagen, dass europaweit es ja gesetzliche Regelungen gibt. Nur die europäischen Länder müssen eben auch gemeinschaftlich diese Regelungen auch umsetzen. Das ist ein wichtiger Punkt und nicht nur, dass Deutschland alleine das macht, sondern auch andere europäische Länder. Ich kenne momentan, vielleicht können Sie mir das sagen, aber ich kenne kein Dieselfahrverbot in Schweden. Es gibt aber auch keinen einheitlichen Stecker in Europa für Elektrofahrzeuge. Das stimmt. Das wäre zum Beispiel eine Forderung, die man im Europaparlament ja machen könnte, dass es dort eine einheitliche Regelung gibt. Und ja, also Klimawandel ist ja viele Dinge, sondern auch papierlos, zum Beispiel eine papierlose Verwaltung zu schaffen. Auch im Europaparlament wird viel Papier geschaffen. Unterschriftensammlungen von jeden einzelnen Parteien. Sie haben gesagt, wir haben über 40 Parteien, die jetzt zugelassen sind. Und auch da ist viel Papier verschwendet worden. Also man muss ein bisschen mehr auf die Digitalisierung gehen. Und ich glaube, dass man damit auch schon viel, viel für den Klima tun kann. Sprechen wir über Sicherheitspolitik für Europa. Das haben Sie auch in Ihrem Wahlprogramm stehen. Da haben Sie stehen, ich wusste das jetzt noch mal, mit Schnauze voll. Da steht davor, bevor Schnauze voll kommt, sozusagen dieser Berliner Begriff. Wir sind gegen Korruption in Wirtschaft und Politik. Was meinen Sie damit in Bezug auf Sicherheitspolitik? Okay, das ist eben so, dass im Bereich der Sicherheit auch viele Dinge dargestellt werden. Statistiken werden gemacht. Es ist eben nicht alles die Wahrheit, die dort auf Papier steht. Wenn man auf der Straße ist, dann stellt man fest, dass die Menschen unsicher sind, dass sie sich nicht mehr wohlfühlen, ob es die ältere Dame ist oder die junge Frau oder auch der junge Herr oder der ältere Herr, das spielt gar keine Rolle, welches Geschlecht es ist, sondern die Menschen haben Unsicherheiten. Und dem muss man auch entgegenwirken. Natürlich ist nicht die Hilfe, dass man sagt, ja, wir schaffen jetzt einfach nur mehr Polizeibeamte, sondern wir müssen mehr dahin gehen, dass wir die Werte wie Respekt, Toleranz, gemeinschaftliches Zusammenhalt wieder mehr Platz in der Gesellschaft schaffen. Und die Sachen eben wie Hass, Mobbing, Gewalt und Terrorismus, dem muss dann entgegenwirken. Sicherheit an der Stelle sei gesagt, wir setzen uns dafür ein, dass man zum Beispiel die Europol mehr Befugnisse gibt, dass man auch Frontex unterstützt. Ja, ich weiß, das wird auch verschärft, dass man auch in Europa eine europäische Armee vielleicht schafft. Man muss da nochmal genau diese Forderung sich genau ansehen, ja, aber Sicherheit ist für uns ein ganz wichtiger Punkt. Wenn Sie Europol nennen, wo würden Sie verstärken, vielleicht ein Beispiel? Na, in den Digitalisierungen, in den, wie nennt man das? Ein europäischer Staatstrojaner? Nein, so nicht. Ich frage ja nochmal. So nicht. Also, dass man mehr Befugnisse, also dass sie mehr Handhabe haben. Sie müssen ja natürlich andere europäische Länder mit ins Boot nehmen, das ist ja richtig. Das soll auch so sein. Aber dass man auch einen schnelleren Zugriff hat. Also, dass es eben ein Gefährder oder ein Straftäter, der im europäischen Gebiet vorhanden ist, dass man den auch schneller dingfest machen kann. Ein Teil bei der Sicherheitspolitik ist dabei. Da schreiben Sie, Sie wollen Schleuser stärker bekämpfen und auch das Thema Flüchtlinge 2015 greifen Sie da auf. Machen Sie das Thema Sicherheit vor allen Dingen auch an der Flüchtlingskrise 2015 fest? Da ist, glaube ich, der Bruch gekommen bei den Menschen, dass eben sie viel Angst haben. Es wird auch viel geschürt, das ist keine Frage. Aber wir sind auch dabei, dass wir sagen, die Flüchtlingspolitik hat viel dazu beigetragen, dass in Deutschland Unsicherheiten unter den Menschen ist. Und den Schleuserbanden, das sind diejenigen, das Ding an die Wurzel zu packen, weil die verdienen eine Menge Geld dafür, dass sich viele Menschen auf den Booten dort übers Mittelmeer schippern. Das ist schon eine Frage, die man definitiv auch aufgreifen sollte. Und da sollten wir gemeinsam in Europa auch gegen angehen. Weil das Ding, das Problem der Ursachen, das sollte man direkt an der Wurzel packen. Jetzt sagen Sie aber auch dauerhafte Grenzkontrollen zwischen den EU-Mitgliedstaaten. Also Sie wollen Schengen im Prinzip abschaffen. Nein, wollen wir nicht. Wir wollen Schengen nicht abschaffen, sondern die Grenzkontrollen in den europäischen Ländern. Man soll die Möglichkeit haben, flexibel zu reagieren, die Grenzkontrollen zu machen. Das muss keine feste Grenzkontrolle sein. Also nicht, dass ich jetzt jedes Mal meinen Pass mitschleppen soll, um über die Grenze rüber zu kommen. Sondern es soll so sein, dass man sagen kann, okay, jetzt von heute auf morgen müssen wir eine Grenzkontrolle machen, weil es ist gerade die Situation jetzt so gekommen, dass eben viele aus anderen Ländern hierher reisen. Jetzt haben Sie keinen Pass dabei. Dann hoffen Sie darauf, dass man Sie als Reinickendorfer erkennt. Dann wäre es gut, wenn europäische Behörden besser digitalisiert sind und besser verknüpft sind. Weil ich sage das mal so, wenn ich von der Polizei in Deutschland angehalten werde, wir haben zwar eine Ausweispflicht, aber man muss seinen Ausweis hier nicht mitführen. Und dann sagen Sie Ihre Daten und dann gleich spannt man das ab und man stellt fest, Adet ist die Person. Also das geht ja auch hier. Also dann müsste das europaweit auch gehen. Warum sollte das nicht gehen? Gut. Bildungsfreiheit ist ein weiteres Thema, das Sie fordern in Bezug auf Europa. Was bedeutet das in Bezug auf Europa? Wir möchten gerne, dass in allen europäischen Ländern ein Bildungsstandard ist. Dass die europäischen Länder sich zusammen an einem Tisch setzen und bildungspolitisch sozusagen, dass man lernt voneinander. Zum Beispiel Deutschland könnte von Finnland lernen oder ja, also dass man auch so ein bisschen gemeinschaftliche Bildung. Und deshalb steht bei uns auch, jeder hat das Recht auf Bildung. Die Bildung soll so gestärkt sein, dass sie auch kostenfrei zur Verfügung steht. Man soll es nicht abhängig machen vom Portemonnaie. Es gibt europäische Länder, wo gibt es eine Lehrmittelfreiheit. In anderen Ländern muss man für die Sachen bezahlen. Rentenpolitik, also die grauen, da müssen wir eigentlich zu ihrem Steckenpferd kommen, wobei sie natürlich für alle Generationen da sind. Aber auch die jüngere Generation interessiert ja durchaus die Rentenpolitik, weil die müssen ja zumindest unsere Rente mal später bezahlen. Sie fordern eine EU-Mindestrente. Was muss ich mir genau darunter vorstellen? Also wir fordern genau eine europaweite Mindestrente. Es soll so sein, dass die Rentner in Europa auf nationalem Standard eine Mindestrente erhalten. In Deutschland würde sich das momentan auf 1200 Euro befassen. Da muss man gucken, wie das in den anderen europäischen Ländern ist. Das hat auch was mit dem Verdienst dann zu tun, dass man das angleicht. Und die europaweite Mindestrente soll auch natürlich so sein, dass alle in die Kasse dort einzahlen in den Ländern. Das ist wichtig, dass Politiker, Beamte, Selbstständige, dass alle in einen Rententopf einzahlen und dann kann man das auch finanzieren. Die Bundesregierung gibt aktuell 97,5 Millionen Euro. Das sind ungefähr 23,5 Prozent des Bundeshaushalts in die Rentenkasse zu. Wenn jetzt alle eine Mindestrente bekommen, vor allen Dingen, wenn man jetzt die Demografie sich anguckt, jetzt kommt die nächste Welle der Babyboomer ja bald, nicht ganz so schnell, so sagen wir 12, 15 Jahren dauert es noch. Ist das wirklich finanzierbar oder müsste man das dann nicht anders regeln? Die Bundesregierung hat auch damals aus dem Rententopf Gelder rausgenommen. Das hat man jetzt wieder nicht, das hat man jetzt vergessen mitzuteilen. Es ist so, dass man, wir haben ja auch eine Grundsicherung, da wird ja auch etwas sozusagen für den Rentner getan. Das heißt aber, er muss Verwaltungsabläufe tätigen, um dann überhaupt über die Runden zu kommen. Und das wollen wir gerne, dass es verallgemeinert ist, dass es einen Topf gibt. Also der Staat letztendlich gibt ja aufgrund des Sozialsystems dem älteren Menschen zwar Geld, aber es reicht auch nicht aus, das muss man auch klar sagen. Die Menschen müssen noch Flaschen sammeln oder was auch immer, einen zweiten, dritten Job machen. Also wir haben innerhalb unserer Partei zum Beispiel eine Rentnerin, die ist 72 Jahre alt, die macht zwei Jobs noch nebenbei. Das ist schon eine Menge und das ist auch hart. Ich weiß, was sie meinen, dass man sagt, okay, wo soll das Geld herkommen? Man muss immer als Politiker auch Akzente setzen und dann muss man irgendwo anders Dinge streichen. Das ist nun mal halt leider so. Und wir sind auch der Auffassung, dass man die Rente nicht weiter besteuern sollte. Ja, weil die Menschen, die gearbeitet haben, haben Steuern gezahlt und jetzt im Alter sollen sie auch nochmal eine Versteuerung hinnehmen. Da muss ich ein bisschen nachhaken. Sie sprechen auch von einer Schere, die zwischen Arm und Reich immer weiter aufgeht. Wir haben aktuelle Zahlen, dass 33 Milliarden Euro von Rentnern an Einkommenssteuer bezahlt wird. Nochmal die 97,5, nur damit man es nochmal ein bisschen einordnen kann. Von diesen 33 Milliarden können 100.000 Rentner, das sind die so Einkommenssteuerpflichtig aus ihrer Grundrente, also die reichere Gruppe, die da das Geld mit rausnimmt. Der Rest arbeitet, zahlt Einkommenssteuer, geht nicht unbedingt nur Flaschen sammeln aus dem Mülleimer. Wäre das nicht auch ungerecht, wenn man gerade über so Dinge wie die Schere, Arm und Reich spricht, dass wenn jemand zum Beispiel einfach länger arbeiten kann, weil er bevorzugt war, vielleicht auch schon während seines Erwerbslebens dann einfach noch mehr dazu verdient oder auch Menschen, die Immobilienbesitz haben, ist das nicht vielleicht auch ein Stück weit ungerecht dann? Ja, also die Mindestrente soll ja so gestaltet sein, dass man jedem Menschen die gleiche Rente gibt. Und wenn Sie jetzt sagen im Alter, die Mindestrente reicht mir nicht aus, ich möchte noch weiter dazu verdienen, dann machen Sie das, das ist ja kein Problem. Und wenn Sie Gutverdiener waren, dann haben Sie ja mehr als die Mindestrente. Also es ist ja so, es ist doch sowieso in der Gesellschaft schon so ein bisschen ungerecht. Gucken Sie sich den Verkäufer an, der eine verdient 12 Euro, der andere verdient den Mindestlohn. Also es sind schon Unterschiede in den Lohngruppen. Und deshalb sehe ich jetzt nicht, dass man da irgendwie ungerecht sei. Also verstehe ich nicht, muss ich Ihnen ehrlich gestehen. Weil ich sage mal so, die Menschen, die reich sind, die müssen mehr besteuert werden. Die, die arm sind, müssen weniger besteuert werden. Und damit man wieder eine Gleichheit ungefähr schafft. Wenn Sie ins Europaparlament kommen, es gibt es verschiedene Fraktionen. Das ist auch wichtig für Einzelmandatsräger, sich Fraktionen anzuschließen, damit man auch was umsetzen kann. Außerdem sieht das Europäische Parlament das auch so ein bisschen vor. Wo würden Sie sich einordnen? Bei der EVP, bei den Sozialisten und Demokraten, bei den Grünen, bei den Linken. Wo würden Sie sich als die Grauen einordnen? Also unsere Partei ist politisch linksliberal einzusortieren, Mitte links. So würde ich das momentan so sehen. Also bei den Sozialisten und Demokraten, wo die SPD zum Beispiel auch mit dabei ist. Nur damit man, weil, das ist ja schon wichtig, auch ein bisschen so die Zuordnung. Natürlich, der Wähler soll ja auch wissen, was für eine Partei er jetzt hier vor sich hat und die sozusagen dann auch dort eventuell wählt. Nach den aktuellen Projektionen des Europäischen Parlaments, hätten Sie keinen Sitz, wenn man sich die anguckt. Mit was rechnen Sie? Also rechnen Sie mit einem Sitz, dass Sie einziehen? Wissen Sie, ich bin immer ein Mensch, der immer auf dem Boden bleibt. Das Problem, was wir haben bei dieser Europawahl, sind, dass zwei graue Bewegungen auf dem Wahlzettel sind. Und somit die Stimmen auch splitten werden. Ja, es ist eine Entscheidung des Wählers. Natürlich, alles, was wir schaffen, ist immer erst mal gut und bin ich auch froh drüber. Ja, und deshalb ist es nochmal wichtig, dass Sie bitte am 26. Mai die Grauen auf dem Listenplatz 27 wählen, weil wir wirklich ernsthafte Politik machen wollen. Wir wollen nicht nur die Finanzierung abgreifen, sondern wir wollen wirklich Europapolitik machen. Und ich stehe für eine klare Kante und klare Linie und bin die ganzen Jahre, seitdem ich politisch engagiert bin, auch immer habe ich mein Wort gehalten, das, was ich gesagt habe. Michael Schulz, Bundesvorsitzender und Spitzenkandidat für die Europawahl 2019 am 26. Mai. Von den Grauen für alle Generationen. Herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren und für die umfassenden Auskünfte. Dankeschön. Danke, danke.